Hallo und willkommen zu Hashtag-Frag. Heute die schöne Frage, warum Klein Evo immer noch mit seiner Freundin zusammen ist, obwohl sie so verpeilt ist. Kurze Antwort, weil Klein Evo faul ist und sich keine neue Freundin suchen möchte. Nee, er ist schon Ewigkeit und drei Tage zusammen mit ihr. Ich glaube, er hat sich einfach zu sehr an sie gewöhnt und will sie deswegen nicht mehr missen. Ja, das wär's dann mit. Das ist meine Vermutung. Wenn ihr es genauer wissen wollt, fragt ihn einfach selbst. Ja, und das war's dann erstmal wieder. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, entweder Hashtag-FragKleinEvo oder Hashtag-FragND, falls die Frage nur an mich gehen soll. Aber bitte sinnvollere Sachen als die jetzt. Und tschüss!